So, ich melde mich wieder zurück und wir sind jetzt in diesem gigantischen Schloss. Hier ist der Ruheraum mit dem Thron des Grafen. Hier sitzt man und genießt halt die Ruhe. Es ist ein Ort der Stille, der Kamin ist aus, es ist ja auch Tag. Ja, ich musste gerade mit ihr schreiben und... Sie weiß ja bestens Bescheid. Hier ist ein Altar für schwarze Messen. Und hier sind wir halt die Mitglieder des Clans an den Wänden hängen. Sie erklärt mir hier gerade alles. Und... Ja, ist er Mega Family. Und ich muss wohl noch einen vierten Teil machen. Wir sehen uns im vierten Teil. Sonst wird das hier zu lang. Wir sehen uns im Kamin. Vielen Dank.